Hallo ihr wundervollen Menschen, ich möchte euch ganz herzlich im Rahmen des Week Plus Pride zum 18. zur Lesung von queeren Geschichten einladen im Altona Museum. Von 16 bis 18 Uhr werden wir verschiedene queere Geschichten lesen, also kommt unbedingt vorbei und nehmt eure Kinder mit. Am darauffolgenden Tag, am 19. wird es eine Filmvorführung geben von meinem Filmessay Farben unserer Seele und danach gibt es noch ein Nachgespräch mit mir. Lasst uns an diesen Tagen zusammenkommen, lasst uns Vielfalt feiern, lasst uns lieben, wen wir wollen und alles Liebe für euch.